Leichtfunkstelle Rhein-Main für NRW 7 kommen. Leichtfunkstelle Rhein-Main. NRW 7 hat Patienten mit Herzinfarkt geladen, verdrien ihn an. Hör mir doch! Sag's mal, Sie sind wohl... Ich weiß nicht, ich glaube, er ist bewusstlos. Er hat sich was getan, aber nicht durch diesen kleinen Bums. Nein, nein, er muss schlecht geworden sein. Was soll ich denn jetzt machen? Was ist mit dem Mann? Er hat was mit dem Herzen, soll ich sagen. Er ist bewusstlos, atmet aber noch. Sie sollen schnell kommen. Wir verständigen den Notarzt. Ja, geht schon! Ich hab's schon! Papa! Hallo? Ja, hier ist Frau Kranepohl. Ja, bei uns ist was passiert, hier in der Siedlung. Ein Arzt, zwei Pfleger, zwei Schwestern. Immer dabei. Danach im Bett, da fahrst du hierher. Die haben hier was auf dem Kasten. Spitze!